Moin Leute, Hellbike Scope wieder mal am Start hier mit einem neuen Video nach wieder mal einem Monat, leider. Wir sind hier heute am Handwerk Niedernberg, wir wollen heute hier ein paar Clips aufnehmen und versuchen noch ein paar Tricks, Tabletops oder Whips zu üben. Also erwartet jetzt nicht viel, ne? Wir werden es heute vielleicht mal versuchen, so vielleicht mal ein bisschen irgendwie das hinzukriegen. Und im nächsten Video habe ich vielleicht auch dann schon mein neues Bike. Ah ja, das könnte nämlich gut sein. Da gibt es dann wieder ein Bike Check. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir dann los, oder? Ciao! Ja. 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 also wir machen dann jetzt noch mal so einen kleinen und dingens wir stellen uns dann da hinten da in dieser berm stellen wir uns dann hin und ja dann fährt jeder von uns einmal durch ja und dann seht ihr auch noch die clips und wir haben jetzt auch eben noch ein paar clips aufgenommen und jetzt werden wir die letzten clips aufnehmen wo wir dann ins video packen werden genau also ist es halt ein bisschen blöd weil da hinten ist ja diese große hecke da ich weiß nicht ob man das jetzt so gut sieht da hinten da bei den ersten zwei also eigentlich dem ersten sprung möglich weil der andere ist irgendwie scheiße da ganz am anfang kann man eigentlich einfach drüber rollen das heißt man hat ja nicht drei sprünge in der reihe dann roller und berms also damit macht immer noch mehr spaß ja gut dann mache ich jetzt mal die runde hier we go moin und marcel wird jetzt noch diesen sprung hier machen ja also das soll es dann für heute erst mal gewesen sein wir haben jetzt hier ein paar clips aufgenommen genau die auch im video gesehen habt ja und ich würde sagen das war es dann für heute und wir sehen uns beim nächsten mal tschau